Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe Präsentierteller von Call of Duty Advanced Warfare. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr in der sechsten Mission, nämlich Menschenjagd, drei Gegner mit einem einzigen Schuss der Scharfschützen Drohne ausschalten. Jo, ihr spielt einfach ein bisschen, bis ihr zu dieser Stelle kommt, bis ihr die Drohne steuern dürft. Ähm, bis dahin dauert es auch nicht wirklich lang. Und dann steuert ihr die Drohne, ohne bekommt eigentlich schon fast gleich den Erfolg bzw. die Trophäe. Aber davor müsst ihr noch kurz den Hades anschauen. Jo. Und dann da noch einen ausschalten. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Ja, das geht leider nicht sofort, sondern ihr müsst ein bisschen warten. So, und jetzt könnt ihr das aber machen. Da stehen schon zwei in einer Reihe. Da kommt ein dritter angelaufen. Und den schaltet ihr noch aus. Und dann bekommt ihr den Erfolg bzw. die Trophäe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alpha, rein da.